Musik Ein wunderschönen herzlich willkommen, ja auch mein Kanal. Heute die Kanalvorstellung Nummero 13, im Voraus, schau mal, sorry, wenn manchmal das aktuelle Video nicht an das aktuelle Video angepasst ist. Ich filme eigentlich immer im Voraus, weil ich habe nicht so viel Zeit und dann kann ich das gleich sofort schneiden, Export und ja. Aber, der gute Kanal heißt hier, Gute Baby Melee Kinderwelt Tube. Das ist ein Kanal für Kinder von Erwachsenen und Kindern, beides zusammen. Schauen wir mal in die Kanal-Info. Gute Baby Melee Kanal für Kinder Auf unserem Kanal, Kinderkanal, findest du ein hunderte Kinder direktes Video zu den unterschiedlichen Themen. Wie zum Beispiel Lego, Barbie Monster High, Ever After High, Fubis, Lehmobil, Lego, Meda-Blog, Do-Go-Winkey, Knetmasche, Flussfiguren, Gesellschaftsspiele, Aktion und Kinderspiele. Gemeinsam mit unserer 7-jähriger Tochter Melee und unserem 15-jährigen Sohn Shihan spielen, testen oder stellen wir euch in Unbruch-Sinn Videos, Kinderspielzeugspiele und Produkte aller Art vor. Zwischendurch machen wir auch mal lustige Challenge oder zeigen euch, was wir in unserer Freizeit so tun. Wir wünschen alle viel Spaß und Unterhaltung in unserem Kanal. Da würde ich schreiben, unterhalten, unterhalten beim, beim unseren oder bei diesem Kanal. Liebe Grüße eure Katbay Melee Team, Melee Kieren, Anur, Mama, Robert, Papa. Im Rechstum, Robert Händle, Koffer, F12 86357, Dachshofen, Telefonnummer, nur geschäftlich, Steuereid, Inhaltshilfeantwortung nach dem Rache, Raff 552, RSTV, Robert Händle. Seit dem 2.05.2011 diebe ich den Kanal und wir schauen mal in die Playlist. So, da schauen wir mal in den Partnerkanal mal rein. So, da schauen wir mal in die Playlist. Au, 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 au. Au, au, au. Aber. Ja, der Notar kommt schnell. Hilft ihr. Und. Schauen wir mal hin. Ein anderes Video. Ähm. So. Na. Das kennen doch die meisten, oder? Ja. So, der Kanal ist ja mit allen Kinderthemen ausgestattet, ja, dann schauen wir mal, was im Adventkalender Nummer 4 hier ist und wie schon vielleicht manche gesehen haben, ich habe auch einen Adventkalender zum selber schauen können. Ich würde mich freuen, wenn ihr, ähm, vorbeischauen, manchmal nervt mich die Welt wohl ein bisschen. Auch einen wunderschönen Adventkalender, muss ich sagen, ähm, 49.000 Aufrufe innerhalb von 10 Stunden. Ja, top. Da, da haben nicht alle Videos. Ich freue mich, wenn du oder sie, äh, ja, du, ähm, weiterhin auch mein Kanal bleibt und auch meine andere 300 Videos anschauen. Und, ähm, wie ihr schon gesehen habt, habe ich vor einer Woche ein, eine Verlosung, ja, angefertigt. Und, damit könnt ihr ein PC-Spiel gewinnen. Was ihr tun müsst, das erfahrt ihr in dem Video, wo ich es euch erzählt habe. Aber, sage, von diesem Kanal erstmal auch wieder sehen, bis, ja, bis bald hier auch mein Kanal. Ähm, nicht wundern, mal ändert sich hier, ähm, die Abo-Zahl, mal sehen, mal rießen. Äh, das passiert mir, ähm, zurzeit ständig. Weil, ähm, ähm, der Computer oder, ähm, sowas weiß auch nicht immer, ähm, was, ähm, aktuell ist. Und, ähm, ja, aber über ein Abo würde ich mich sehr gerne freuen. Und über einen Kommentar auch sehr gerne. Und, ich verlinke euch den Kanal zum Kanal, den ich euch vorgestellt habe. Ihr könnt mich auch den Button abonnieren. Daneben ist ein Button für den Kanal, den ich vorstelle. Und auch der rechten Seite ist eine Playlist oder wie sowas. Bis bald hier auch mein Kanal Tiss. Genau. Und dann bis bald wieder. 15. 2 Zeit drauf. 운